Und er trifft ihn und macht es überraschend. Deutschland greift nach Gold und man möchte nach Manila schreien. Jetzt macht es auch. Es ist total spannend. Wagner zieht jetzt zum Korb, dann von draußen. Johannes Vogtmann versenkt das Ding für drei. Schröder nimmt Fahrt auf, passt dem Beider nochmal raus. Obst hat Probleme, kann ihn aber nochmal retten. Rübergespielt, über die Zone zu Vogtmann. Und dann ein schönes Passspiel unter den Korb. Ein super Pass von Vogtmann. Und Moritz Wagner vollendet. Bis zum nächsten Mal.